Ich hoffe, dass, äh, ja, so, ich glaube jetzt, äh, ja, ich glaube jetzt, so, 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 erster. Alter, der Stream ist gerade erst mal gestartet und die Aufnahme läuft auch noch. Für dich auf YouTube ist das ja quasi so ein bisschen so ein Highlight-Dingen, ähm, weil ich hab ja trotzdem weiter aufgenommen, ich lass das einfach laufen, jetzt ist ja egal, ist ja, mein Gott, wir sind ja, wir sind ja da so ein bisschen flexibel. Ne? Und, ähm, da müsstet ihr mich dann theoretischerweise auch über dieses Mikrofon hier hören, hallo? So, jetzt warte ich natürlich drauf, dass hier der Stream auch anläuft und warmläuft und, äh, pipapo. So, ich trinche nochmal ein Schlückchen. Nein, ich war erster. Was? Jetzt wird sich schon gestritten im Chat, wer erster war und wer nicht erster war. Sieht jetzt schon besser aus, die Quali. Ja, guck an. Das ist da, bei mir läuft gerade irgendwie die Werbung irgendwie nicht ein im, im Stream, im Stream. So, okay, ähm, jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich hier auch so ein bisschen das mit der Aufnahme hinbekomme. Ähm, ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, wir haben jetzt irgendwie das Paket hier reingeschoben und natürlich hier bei unserem kleinen, bei unserem, bei unserem Lutz. Oh, Lutz, oh, Lutz, oh, Lutz, alter, Lutz, 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 Lutz. Ach, schlimm. Ich, äh, ich muss das nochmal machen. Es tut mir leid. So. Ja, jetzt ist die Quali auf jeden Fall viel, viel besser und, ja, definitiv. So, dann machen wir mal hier. War ein Rätsel, glaube ich. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viel Power wir da brauchen. Ähm, was mache ich jetzt hier? Knopf wählen. Höh! Okay, das war, das war falsch. Ich glaube, es, ja, das war richtig. Hey! Und auf mysteriöse Art und Weise kommt natürlich dann auch gleichzeitig die Leiter runter. Natürlich, natürlich. Und wir sollen das Paket zum Professor bringen. Weißt du, hier ist ein Fahrstuhl. Das Paket ist jetzt oben, aber wir müssen trotzdem rauf. Naja, ist da. Naja, gut. So. Was haben wir hier draufstehen? Was steht da? Was steht da? Klar. Was, was? Klar. Man kann's gar nicht lesen. Oh, man sieht auch Open World. Also da hinten ist die Open World. So. The final parts. Well, are you expecting a tip, boy? Get off my roof. Me? Get off your roof? I'm Adam Venture. Danger trembles when it hears my name. I... Adam, shh. Um. My companion here is trying to say, that we share your interest in Loos. Do you? Why? What do you know? Hmm. I could... How about you fix the rest of my windbills? Then we'll talk. Uh-uh. Huch. Aha. Wir müssen das Windrad also fixen. Naja. Hallo, Professor. Hallo. 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 Windmills might cheer him up. You see, all men are like children. That's just not fair. I'll tell my dad, you said that. Right. Well, if you take this side, I'll go there. Ah, so, weil hier oben noch the crew steht. Warte mal, äh. Äh. Ne, warte mal. Adams Venture. Äh, machen wir einfach mal Adams Venture Origins. So, jetzt müsste es eigentlich, jetzt müsste es eigentlich stimmen. Ich hab mal das Spiel nochmal geändert. So, jetzt, jetzt müsste es eigentlich einigermaßen, einigermaßen lauten. So, pass auf. Äh, so. Ähm. Wir müssen die Windräder fixen. Ich bin mir da gar nicht so sicher, wie wir das jetzt hinbekommen. Kann ich hier... Ah, hier können wir da ziehen. Hm. Ah, sehr schön. Eine ausfahrbare Brücke. Und definitiv wird die Stream-Quali wesentlich besser jetzt auch, natürlich. So. Was haben wir hier Schönes? Bäh, wad? W-was? W-was ist das denn? Was? Hä? Äh, äh, äh? Ich, äh, 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 äh? Wie komm ich hier... Wie komm ich hier zu neuen? Ich komm da gar nicht rüber. Ah, schön. Hm. Hä? Hä? Ich, äh... Warte mal. Hä? Hä? Null. Wir sind bei Null. Toll. Toll. Mhm. Ja, schön. Ich hab... Ich hab... Ich hab keinem Lasten Schimmer. Ich, äh... Was? Du musst die Zeichen zusammen... Hä? Wää? Wenn du auf 13 kommst... Wää? 4 und 1 sind 5, 6 Sind 9 Ach warte mal Sind 5, 6, 7, 8 Damit du zum nächsten Block kommst wahrscheinlich Also wir müssen 9 zusammen kriegen 5 Warte mal Sind 2, warte mal 6 7, 8 Warte mal 3 sind 4 Warte mal 6, 7 8, 9 Oh Gott, oh Gott, oh Gott Oh Gott Ähm 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 7 9 Warte mal Sind 5 Wären 7 Ich kann kein Mathe Habe ich auch nie behauptet, dass ich Mathe kann 1 plus 1 plus 3 Plus 2 Plus 2 sind 9 Bitte keine Lösung posten Ich kann kein Mathe Bin ich ganz ehrlich Bin ich jetzt offen ehrlich zu euch Ich kann kein Mathe So Ähm Ähm Okay Um Gottes Willen Ähm Ich will das nicht spielen Das ist so peinlich Ähm Sind 9 Sind 4 2 2 Oh Gott 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 Ja gut Ihr könnt ja fleißig Ihr könnt ja fleißig miträtseln Ihr wisst wahrscheinlich die Lösung schon eher wie ich Mh 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 7 5 Warte wir müssen auf die 13 kommen ne Nein Fuck Ach scheiße Nein Äh Aber warte mal wir fangen aber bei der 9 an ne also 9 Achso ok alles klar ja 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 apropos kop Ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Und willkommen zum Live Let's Play. Das sind schon mal 16. 15, 14. 12. 11, 14, 15. Nein, scheiße, das geht ja auch nicht. Nein, weil der da plus 1 ist. 14. 14, 18, 16, 14. Oder wie gesagt, 16, ne? 18. 15. 12. 11 Alle übrigen Verdächtigen sind auch im Start, ja, stimmt. Äh, 11 Nee Nee Ah, Frank, Mist Na, Haloo So, Haloo So Hmm 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 1 Das ist zu viel Das ist zu wenig Das wäre wieder zu viel Ah, das gibt's auch nicht Das sind nur 12, verdammt Mist Das gibt's auch nicht Ach, Mann Das ist 1 Dann 12 Das ist 13 Yeah Survival Bzz, bzz, bzz Rapper, die Windräder von Professor Oh Gott, kommt das jetzt dreimal, oder was? Oh Gott Was haben wir denn hier? Whee Okay, wir sind drüben So Schauen wir mal So komische Geräusche Netter Garten hier oben War noch nicht so schwer, nee Da hast du recht, da gebe ich dir recht Versuch ich da was denn Ja, natürlich Schmeiß erstmal nochmal deinen Enterhaken da hin So Äh, was ist hier? Okay, Tys Ja, ich sollte mich vielleicht ein bisschen mehr umsehen Hä, jetzt bin ich wieder hier? Hä? Wo ist noch ein Windrad von dem? Da unten, nee, warte mal Hä? Da ist noch eine Brücke, da hinten Gehen wir da mal hin Mal gucken, ob da irgendwie Hier vielleicht Meine Güte, alter Schwede Das gibt's doch nicht So Gucken wir mal Gucken wir So, warte Da ist noch ein Oh nein Jetzt ist es wieder dasselbe, ne? Oh mein Gott Nein Ich muss auf 5 kommen Äh, auf 1 muss ich kommen 4 5 6 Na Ach fuck Was? Hä? Hä? Ist doch Ach, ich muss auf 1 kommen, ne? Ah, um Gottes willen Äh Äh Ne, ist auch falsch Sind 2 Sind 4 Sind 4 So, das hätten wir auch Und jetzt müssen wir auf 21 Oh Gott Auf 21 Willst du mich verarschen 4 4 6 5 7 Guck mal, ist ein cooler Red Hartz-Seiler Hallo Willkommen zur Let's Play Live Show Auf 21 muss ich kommen Und da ist ein 2 Ne, warte mal Das sind 20 20 Da sind 22 Mist Verdammt Ne Scheiße Fuck Ach Mist Kassieren wir erstmal die ab Und dann die Dann Ach Mist Das sind wieder die Ah, das sind wieder auf 22 Mann Hartz-Seiler Was, 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 was Hartz-Seiler hat wohl zu viel gegambelt Was Ähm Oh Gott Jetzt kommt es noch wirklich Noch dreimal dieses Rätsel Oh Gott Warum muss sowas da drin sein Ich verstehe es nicht Wir müssen definitiv die Nein Fuck Ich müsste die Dings nicht mitnehmen Nein, auch nicht Äh, fuck Warte mal Äh Sind's 14 Fuck So geht auch nicht Weil wir müssen ja zum Ausgang Ach Mann Fleißig am Gämbeln hier im Chat Ich seh's schon Ne Auch Kommst du nur auf Komm mal nur auf 17 Verdammt Oh Mann Ah Verdammt Fast richtig Mann Einer fehlt uns noch Einer Was heißt da oben Ne, warte mal Nein, zu viel Fuck Äh Oh, das gibt's noch nicht Hätts Elektriker werden sollen Ähm Sind das Wattzahlen? Ja, das sind Wattzahlen Nein, zu viel Fuck Mann Das gibt's noch nicht Das gibt's noch nicht Ah, da muss ich den Ne, warte mal Das ist ja zu viel Ne, Voltzahlen sind's genau Es sind Voltzahlen Ja Sind da immer so komische Dreiecke dran an den Zahlen Deswegen sind's Voltzahlen Doom 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 Und ich bei Mocky Island schon was immer ausgerastet Wenn ich was Beseitigungswas Fechten gegen was I don't know Wo haben wir denn Ich check's gerade nicht Hat einer vielleicht eine Idee oder so Ich bin gerade Irgendwie Mindblowing Gerade bei mir Ich check's gerade irgendwie nicht Ich weiß nicht warum Ne, jetzt zu wenig Das ist Verdammt Ich frag mal so in die Chatrunde Es ist gerade Sehr nervend aufreibend Es ist total spannend Ich fass es einfach nicht Wow, Alter Dieses Wow, dieses Rätsel Das haut mich voll aus Socken Ich bin gerade Mega verwirrt Warte mal Jetzt müssen's doch Minus drei Plus zwei Ne, warte mal Das ist eins Plus zwei Ist zu viel Hm Zu wenig Verdammt Ist auch viel zu viel Oh, das gibt's noch nicht Mir ist drei Plus zwei Ist Quatsch Aber 19 Das ist doch nicht wahr Das kann doch nicht so schwer sein Hilfe, ich bin verloren In einem Schaltkasten Rettet mich Das gibt's noch nicht Hä, das ist so Warte mal Das sind doch Ach, das sind nur 19 Wieder Oh Gott Verdammt Ich Ich Hm Nee, das ist zu wenig dann Ne Ja Das wären ja auch nur 17 Das ist doch nicht wahr Hat eine Lösung von euch Irgendwie vielleicht gerade parat Ich bin gerade total am Verzweifeln Ich schnall das gerade Irgendwie nicht Äh, warte mal Hä, weißt du was, 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 4 plus 2 Plus 1 plus 1 Plus 2 Hä 4 plus 2 Plus 1 plus 1 plus 2 Hä, wie soll ich denn auf plus 2 gehen? Ich komm doch hier gar nicht rum Hä Ich komm doch gar nicht von Von, 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 von dem 1 plus auf, auf 2 plus Komm ich doch gar nicht Hä Warte mal 4 plus 2 Plus 1 Plus 1 Plus 2 Komm ich gar nicht hin Komm ich hier hin Aber ich komm da nicht rum 3 plus 1 Ich glaube, man muss auch ein Minus mitnehmen Ich glaube Da sind wir bei 22 Da ist eine 2 zu 4 Das war so mies Verdammt Da sind wir wieder bei 22 Dann Scheiße Was, meine Löhne ist das richtig? Äh, die 1 in 1 gehst du nach links Und dann nach unten Wie nach links 4 plus 2 Plus 1 Plus 1 Achso Hä, 4 plus 2 Plus 1 Hä Scheiße Schnall ich gerade nicht 4 plus 2 4 plus 2 4 4